Wir schauen auf die Bahn 5 und auf die 8. Schöner Start hier, gut zu sehen. Jordan Gordon hier, schön weggekommen, ist jetzt auch vorne an der Hürde. Dahinter ist relativ dicht das Feld, alles ziemlich eng beisammen. Jordan Gordon einen Ticken vorne, man sieht es immer, wer zuerst zur Hürde geht. Jetzt aber gleich auf mit Henry Schlund, der aus und ist 8. aus Berlin. Vielleicht möchte er sich hier revanchieren, aber Jordan Gordon kommt hier schön durch die 2. Kurve. Jetzt ist die entscheidende Phase, da muss man draufbleiben. Da wird es langsam hart und die 400 Hürden, das wird natürlich immer hinten raus. Ziemlich müde, aber hinten, das ist auch noch Henry Schlund. Da gab es eine kleine Tuschierung, die Fahne ist auch oben. Jordan Gordon weiter vorne, aber Henry Schlund auch dabei, aus und das ist Lennart Roos. Das ist das DM-Märchen und das ist Lennart Roos und er wird das hier wieder machen. Dann ist es Jordan Gordon oder Lennart Roos, ich weiß es nicht, es war ziemlich eng. Lennart Roos würde ich fast tippen, außen nochmal. Wir müssen auf die Fahne schauen.